Jörg Pilawa ist hin und weg von Beatrice Egli. Die Schlagersängerin zaubert ihm immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Wieder mal mit dem falschen Bein aus dem Bett aufgestanden? Wieder mal einen Tag gehabt, an dem alles schief läuft und die Stimmung im Keller ist? Ach ja, solche Tage kennt auch Jörg Pilawa, 58, nur zu gut. Doch der Moderator hat quasi ein Zaubermittel gegen Übellaunigkeit. Bei schlechter Laune umarmt er ganz schnell und einfach so zwischendurch Sängerin Beatrice Egli, 35. Jörg Pilawa schwärmt von Beatrice Egli. Nein, nicht die echte, natürlich. So oft sehen die beiden sich ja gar nicht. Und wer weiß, ob Beatrice das auch gefallen würde, so ständig umarmt zu werden. Aber Jörg Pilawa hat vorgesorgt. Und hat sich einen Pappaufsteller in Lebensgröße von Beatrice besorgt. Seine einleuchtende Erklärung, Beatrice steht für mich einfach für die gute Laune. Und deshalb umarme ich sie dann, wenn ich schlechte Laune habe. Es kommt zwar nichts zurück, um es mal auf den Punkt zu bringen, aber der Moment ist sehr schön. Und am Ende kommt es ja auch nur darauf an.